Ich habe schon nach Halal Grünbärchen probiert und heute habe ich Koschere Grünbärchen von Ribok gefunden in München in einem israelischen Supermarkt. Checken sie aus, ich weiß nicht was die Geschmacksrichtung sind, aber bin sehr gespannt. Und hier haben wir das Label Koschere, ich glaube wir haben sechs Farben und die riechen eher so standardmäßig als orange Zitron und so. Aber fangen wir an. Orange, typischer Geschmack. Zitrone, glaube ich. Das war ein Ananas. Elbär. Das war Traube oder Cassis. Ich würde fast Cassis sagen. Was soll das Grün nochmal? Apfel? Ne. Vielleicht Apfel. Also sehr ähnlich zu den deutschen Grünbärchen. Ich hätte jetzt irgendwie erwartet in Israel, dass man andere Geschmäcker bevorzugt. Die Konstanz ist nicht ganz egal für mich. Ich liebe mehr die eher dritten Grünbärchen. Aber ja, kann man auf jeden Fall essen. Und jetzt kommt die Punktzahl. Sechs Punkte würde ich dafür geben. Man könnte mir vorstellen die ab und zu zahlen. Ich esse ja nicht so oft Grünbärchen, aber ganz cool. So. Und das war's für heute jetzt. Comment, comment, like das, like. Subscribe auf unseren Kanal. Ring die Bellen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020